Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Trial Jump. So, ich habe gerade schon mal die beiden Kampfrunden aufgenommen, die nach dieser Kampfrunde kommen werden. Und ja, das war schon ziemlich geil. Warum sage ich das, fragt ihr euch bestimmt. Damit ihr natürlich so lange wie möglich, wow, dran bleibt. Auch wenn ich es verstehen könnte, wenn ihr jetzt einfach nach dem Fail gerade das Video verlassen würdet. Jetzt, bitte nicht. Ich habe doch sonst nichts. Sonst lebe ich wieder wie früher unter der Brücke. Ihr wisst gar nicht, wie das ist. Vor sieben Jahren, Leute, lag ich einfach unter der Brücke. Es hat gerade geregnet und auf einmal ist ein Laptop angespült worden. Mit einer Internetverbindung und krassem Upload. Und gleichzeitig war auch noch Fraps geöffnet und ein Spiel. Und dann wusste ich natürlich, was zu tun war. Denn zufälligerweise wurde neben dem Laptop auch noch ein Großmembraner angespült. Und ja, dann habe ich halt aufgenommen von unter der Brücke. Und als dann der erste Check von YouTube kam, wurde ich reich und konnte in eine Villa ziehen. Und seitdem bin ich hier. Habe zwar schon dreimal geupgradet. Und habe jetzt sogar meine eigene Insel. Aber die erste Villa war schon was Besonderes. Hier ein Bild. Und ja, das will ich halt nicht verlieren, ne? Weil sonst nebenbei habe ich mir auch ganz viele Drogen gekauft. Und das bedeutet, ich bin auf die nächste Überweisung von YouTube angewiesen. Um weiter zu machen. Um weiter Videos zu machen. Oh, scheiße. Und auch weiter. Mann! Meine Villa zu bezahlen? Okay, das war gut. Das Ding ist nur, dass das noch gar nicht der schwere Teil war. Der kommt nämlich jetzt. Oh! Oh! Alter! Ich hab's. Mann! Was war das denn für ein ekelhaftes Ende? What the fuck? Das schaffe ich sogar diesen Eisprung. Das ist typisch. Dann sterbe ich wieder irgendwo, wo man gar nicht runterfallen kann. Hier, guck mal wie ich hier durchhüpfe. Richtig einfache Scheiße hier. Dreckspiel. So. Ein bisschen hier reinplumpsen. Einmal da rin. Genau, Leute. So geht das. Oh! Oh! Wie ich das gemeistert habe. Unfassbar. Und wie ich dann sogar nicht mal den unteren Teil der Treppe anvisiert hatte. Sondern einfach YOLO dachte. Und es gewagt habe, sogar zu dem schwierigen Teil zu springen. Alles klar. Shit. Genau, ja. Guck mal, so ist es doch ganz einfach. Ich hab's geschafft. Kannst du mal irgendwas in deinem Leben schaffen? Ach, Mann! Scheiße. Ach, das Leben war so einfach als Penner. Ich will doch wieder zurück, Leute. Ich, ich, ich zieh aus. Das muss aber echt krass sein. Also, es hat bestimmt auch irgendwo im Sommer was Gemütliches, unter einer Brücke zu wohnen. Aber so allgemein ist es, denke ich, nicht der beste Lebensstandard. Guck mal, da habt ihr direkt nochmal was gelernt. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass sehr, sehr viele jahrelang dachten, dass in so einer Brücke leben... Oh! Der, der, der war erster. Komfortabel ist. Eins, zwei, drei, vier. Schärfe vier, Rückstoß zwei. Dann den Bogen. Ein paar Pfeile. Und Essen. Oh! Oh Gott! Ich musste gerade überlegen, wo ich hier bin! Und der greift mich einfach direkt an. Scheiße! Oh Mist! Oh Mist! War das... War das gut! Das war die beste Lösung! Oh Scheiße, da ist einer! Moment! Bitte mal ganz kurz in Ruhe lassen wieder, ne? Weil ich hab keine Lust zu sterben. Shit, 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 shit! Ist da einer? Oh Gott! Was macht der denn? Ist der nackt? Ne, der, doch, der ist nackt. Hä? Hallo? Was willst du denn? Wie er einfach Stress anfangen wollte. Oh! Das tut mir leid. Und... Das ist ja der... Alter, hast du ein... Oh! Ein Knockback. Du hattest einen krassen Knockback. Jetzt bist du tot. Oh! Warte, da kommt doch der Nackte. Hey! Danke! Cool! Was on? Ach komm! Können wir mich mal jetzt in Ruhe lassen? Was ist denn... Alles klar! Alles klar! Jetzt hat der die... Was war das denn? Also... Was war das denn? Das war ja einfach... Unmöglich zu überleben. Unmöglich! Der hätte ich einfach nichts mehr machen können. Ich bin sogar noch weggeflogen und hab... Die die Chance gut genutzt. Aber was macht der da jetzt? Shit! Ja! Nochmal erwischt! Ist hier einer? Hallo? Ne. Hä? Wo ist der denn? Wo ist denn hier einer? Junge? Was machst du denn da? Der wirft... Der wirft Pfeile! Der hat mir gerade Pfeile hingeworfen! Und ich... Ha! Hab keinen Schaden bekommen! Hallo? So? Ich weiß, gefällt dir... Oh Mist! Und ich hab ihn! Ach du Heiliger! Okay, Gold... Ne, Gold... Apfel, ich weiß es nicht. Lohnt sich das jetzt? Ne, lohnt sich gar nicht. Ich bleib hier. Kurz mal da rüber. Mal gucken, ob da noch irgendwo Pfeile rumlungern. Und dann... Ne, scheiße. Hab ich Spaß, wollte ich erst sagen, aber... Pfff! Gut! Dann geh ich hier mal weg. Das war wahrscheinlich das Dümmste, was ich hätte machen können. Oh! Items! Nice! Da hinten ist auf jeden Fall einer. Aber was macht der? Naja, also der eine war ja die ganze Zeit da, aber der andere? Ich such den mal. Der ist bestimmt hier irgendwo schön am Sneaken. Hä? Jetzt ist er da. Als ob. Als ob, Junge. Was macht... Er kämmt... Auf nem Baum. Ach, komm. Warte, ich hol ihn da mal eben runter. Hab nix, du. Dann... Ja, dann spiel richtig. Wenn du nichts hast, dann... Ja, was willst du denn im Deathmatch? Dann sterb halt. Oh nein, er hat ihn. Okay. Jetzt reckt der. Da wollen wir mich gar nicht einmischen. Warte mal. Du hast das Spiel nicht... Ganz verstanden, oder? So, ist hier was? Da hinten ist auf jeden Fall der Nackte. Okay. Und er wird getötet. Ja, sehr schön. Der hat auch nur ein bisschen was zu essen. Was soll ich denn jachen? Ohne alles, du. Ja, dann... Dann... Lauf! Springe halt beim Jump Run Part und kauf dir dann was. Ach, Mann. Ich verstehe es nicht. Oder kämpf dann mit dem, was du... ...was du dir leisten kannst. Und kämpf nicht die ganze Zeit. Das macht dir absolut gar keinen Sinn. Na, komm. Oh. Hey, der hat sich getraut. Krass. Nein, der ist sogar nochmal zwischengelandet. Mist. Hallo? Komm. Oh, was? Alter. Junge, hab ich den weggerackt. Nee, der bleibt da unten. Der will mich jetzt wahrscheinlich von da unten wegfrasern. Ja. Oh, nein. Och, was ist das denn für eine Nervensäge? Ja. Okay, okay. Sogar ohne den Goldapfel. Oh, Mann. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, ab in die nächste Runde. Leute, ich bin in Modul 9 und habe noch keinen Fehler gemacht. Oh, Mann. Komm schon. Komm schon, Menjul. Ja, ja. Och, bitte lass das letzte Modul kein Rotz sein. Oh. Alter. Ja. Und? Modul. Nein. Nein. Oh, Gott, nein. Ja. Was ein Spaß. Ey, aber wenn ich das schaffe, das wäre krass. Shit, aber hier gibt es einen Sprung, den schaffe ich nie. Gibt es denn hier irgendeinen Trick oder was? Das ist doch... Oh, Mann. Okay, dass ich den Sprung geschafft habe, ist ein Wunder. Okay. Alter, ich werde richtig nervös. Ich werde richtig nervös. Oh, nein. 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 Hätte ich das geschafft, ich hätte einfach irgendwie 5300 Punkte als Bonus gehabt. Ach, und dass ich sogar den Sprung geschafft habe, war ein Wunder. Oh, nein. Es backt. Scheiße, Alter. Das war echt... Ach, Mann. Und? Ja. Ach, nur 3050 Punkte. Das macht Menjul traurig. 1, 2, 3, 4 und 5. Schärfe 5 und Rückstoß 1. Wo lande ich denn heute? Ach, schon wieder am Strand. Ich will nicht in die Sonne. Ich will am liebsten... Oh, Armin Po. Geil. Okay. Ich will am liebsten wieder zu der weißen Map. Die hat mich echt gluckler gemacht. Greif ihn an. Mach den platt. Ich geh jetzt einfach da rein. Ist mir egal. Hallo. Der gehörte mir. Du scheiß Stealer. So nicht. So schon mal nicht. Komm, zack. In euer Gesicht rein. Danke für die Items. Oder... Ja, okay. Oder auch nicht. Die hat der jetzt nämlich abbekommen. Dann hole ich mir den Freakill hier. Das ist doch nett. Ach, wunderbar. Ey. Ja? Schön in der Luft ge... Och. Verprügelt wollte ich erst sagen. Komm. Ja. Jetzt hat der die... Ist das derselbe wie eben? Das ist derselbe. Junge, kannst du bitte aufhören, mir alle Sachen zu klauen? Danke. Alter. Das ist gut. Ja, kann ich sehr viel mit anfangen. Da ist einer. Den kenne ich doch. Guten Tag. Oh, was? Nein. Ich habe ihn einfach zerfetzt. Rest in... Peace. Richtig abgestaubt. Oh, sorry. Aber was soll's. Komm. Tippst du gerade? Warte, ja, der tippt gerade. Hex. Okay. Bin ich das? Wie heiß ich denn? Nee. Hä? Heißt das, hier gibt es einen mit Hex? Hä? Ha. Oh, geil. Immer wieder schön. Hallo. Ach, das ist ein... ein Puffy. Oder ein... ein... ein Krumpi? Nee, das ist ein Puffy. Hallo. Na? Komm mal hier. Manuel würde gerne... einen Kill haben. Nein, hör auf. Aus. So. Vielen Dank. Noch ein paar Pfeile abgestaubt. Aber wo ist jetzt der letzte? Da könnt ihr mir doch sagen, was ihr wollt. Das ist ein Camper. Ja. Was ist das? Jetzt steht er da mit einem Bogen. Jetzt steht er da mit einem Bogen. Als ob. Zack. Und... Alter. Oh, das war knapp. Was hat der denn für einen Bogen gekauft? Wow. Wow. Macht er viel Schaden. Komm. Nochmal schön in dein Gesicht. Da ist er tot. Ich regge. Shit. Und da steht er. Mist. Ich würde aber gerne mal eben einen Pfeil von ihm aufheben. Damit ich gucken kann, ob das echte Pfeile sind oder nicht. Ja, es sind echte. Das heißt, er hat nicht unendlich davon. Zack. In dein Gesicht. In dein Gesicht. Und du bist tot. So, in den Mull. Oh. Shit. Und nochmal. Hier liegen Gott sei Dank richtig schön viele rum. Er ist tot. Alter, was eine Nervensäge. Und er hatte noch 30 Pfeile. Arschloch. Ja, alles klar. Dann bewerte den Part. Und wir sehen uns bei der nächsten Runde wieder. Tschüss. Bis dann.